was geht ab liebe freunde heute machen wir gefüllte paprika vegetarisch und dazu habe ich schon ein bisschen was vorbereitet und zwar mit so einem kleinen raspler der ein bisschen zerkleinert wir haben ganz viele paprika richtig geil bisschen mühlenhackpilze zwiebeln auf jeden fall ich sehe gerade es fehlt noch das gute zeug knoblauch werden wir auf mit reinballern tomaten käse ein bisschen reis parmesan und ja das ganze werden wir natürlich im zeitraffer aufnehmen let's go zwei zwei ja also gerade fertig geworden sieht richtig geil aus ich lasse sie jetzt nur einen moment noch abkühlen und dann ja zu tisch zu tisch ich hoffe es hat euch gefallen bis bald